Das geht ja ab wie Luzi. Rülps, rülps. Das habe ich aufgenommen. Warum habe ich eigentlich immer so ähnliche Farben wie Caro? Ich bin auch runtergefallen. Ja, ich auch. Siehst du, sogar runterfallen tun wir gleichzeitig. Gar nicht, weil ich bin vor dir runtergefallen. Ich habe so ein komisches Grau und du hast auch ein komisches Grau. Hallöchen und herzlich willkommen. Meine kleinen Gott, darf ich in zwei anderen Folge. Mallcraft mit der Caro. Hallöchen. Nein, nicht Mallcraft mit der Caro. Hallo. Hä, bist du bei mir? Bist du bei mir? Hast du nicht. Nee? Wie sicher ist das, dass du nicht bei mir bist? Super duper, Schale. Super duper. Ich hasse diesen Spielmodus eigentlich. Aber? Weil ich da immer verliere. Also, ihr müsst es so sehen, Leute. Ich hätte die letzte Runde eigentlich gewonnen. Aber da ist Caro rausgeflogen. Rüstungsaufwertung. Ich habe noch keine Rüstung. Du Nachmacher. Alter, aber hier ist einer, der hat eine fette Rüstung. Ich bin tot. Wo ist denn der? Ja, der ist da vorne. Der ist da vorne am Ende des Gangs. Guck, siehst du ihn? Hallo. Hau ihn weg. Ich bin durch den Tuch gerannt. Den packst du. Den packe ich nicht. Okay. Dann gehen wir in den Hub. Ja, gleich ist das Runde. Mehr und Frau, mein Blau, mein Blau, mein Blau, mein Blau, wer trug. Zweite Runde ist eine bessere Runde. Außerdem habe ich eben angesagt, vorhergesagt, dass ich die Runde nicht gewinne. Das heißt, es ist gleich viel cooler, was ich hier mache. Für die Runde hier gewinnst du, oder wie? Ja. Nee, das habe ich nie gesagt. Nee. Wahrscheinlich verliere ich die auch. Aber es ist doppelt das Skill, wenn ich sie jetzt... Äh, Skill. Äh, Skill. Nee, was? Skill? Es ist doppelt das Skill, wenn ich sie auch gewinne. Doppelt das Skill. Ich dachte schon. Du hast jemanden getötet. Guck, der fragt nach Licht. Och nö, ich hatte so eine gute... Ich hatte alles voll. Alles so guten Sachen, aber ich hatte keine Zeit, sie anzuziehen. Was ist das eigentlich für ein Rotz? Jetzt kommt der Typ, ich töte ihn. Und jetzt wird er auch noch getötet von dem anderen Typen. Ey. Alter, wie unfair dieses Spiel einfach manchmal ist. Es ist einfach nicht mehr fair. Oh, da ist einer. Nimm dein Schwert in die Hand. Nicht verge... Dein Schwert hätte vielleicht weitergeholfen. Das ist ja vom letzten Mal. Galfi. Galfi. Hopp. Ich hatte keine Zeit fürs Schwert. Wir sind heute nicht gut. Wir sind nie gut in dem Spiel. Das liegt daran, dass wir das selten spielen. Ich gehe jetzt einfach hier irgendwo rein. Rein. Panda-Babbo 12. Boah. Premium. Boah, Caro. Ich kann noch nichts dafür. Du nagst an meinen Nerven. Was soll ich denn machen, wenn da ein Premium kommt? Einfach mal nicht rausgehen. Aber er hat mich rausgeschleudert. Nicht das schwächste Glied in der Kette sein. Ich bin nicht das schwächste Glied in der Kette. Vielleicht wissen die aber auch, dass ich dann sonst gewinnen würde. Hm. Was, wenn ich draußen bin? Nee. Ach so, wenn ich drin bin. Wenn ich in der Runde drinbleiben würde, dann kriegen die Premiums ja Angst. Aha. Und sagen, ne. Kücken wir einfach mal die und dann geht er mit. Was ist denn, wenn ich beim nächsten Mal einfach nicht mitgehe? Das wäre natürlich krass. Ja, dann musst du es durchspielen. Ich hatte in der letzten Runde so die geile Ausrüstung, Caro. Ich hatte alles. Kettenrüstung. Und teilweise sogar noch Eisen, Digger. 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 Oh Mann. Vor allen Dingen fühlt sich das hier schon wieder so alleine an. Du bist alle. Ich will aber nicht alleine sein. Vor allen Dingen, wie viele Leute sind denn hier? Wo ist er? Da. Oh Junge. Ich bin tot. Nein! 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 Ich hatte ein Steinshirt gekriegt. In diesem Spiel ist einfach alles immer so bescheuert. Ich sterbe immer nur, weil irgendwer Abstauben kommt. Ja. Das ist so ein Wicht. Das sind meistens so richtige Wichte. Mit so richtigen schiefen Augen. Wichten. Ja. Und mit so einem Züpfelmützchen auf. Ich will das nicht mehr. Ich protestiere gegen diese Kacke. Ganz ehrlich. Diese Kills sollten verboten werden. Ich habe jemanden, der hatte eine Kettenhose und ein Steinschwert. Steinschwert und ich habe es einfach nicht geschafft, mich gegen ihn durchzusetzen. Wie kann das eigentlich sein? Schon ärgerlich. Und das nicht zu knapp. Okay. Falsche Ferte setzen. Mann. Ich reg mich da immer drüber auf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oh nein, ich schaue ins Erde. Kann man dadurch sterben? Wenn du weiter buddelst, denke ich schon. Aber das Event ist vorbei. Vor allen Dingen, ich hatte nur noch ein halbes Herz. Das heißt, wenn jetzt wieder gleich einer kommt und abstaubt, ne? Dann raste ich, glaube ich, einfach komplett aus. Nachhtsicht. Ja. Also sowas macht mich echt böse. Oh wow. Tür. Das ist so ein unnötiges Event. Stimme zu. Einfach runterfallen und Schaden kassieren. Für was brauche ich denn mit der Leiter? Ich habe einen Kompass. Nein, von wo? Nein, der war unsichtbar. Er hat mich schon wieder abgestopft. Diese... Ich habe ihn nicht gesehen. Er war ja nackig, weißt du? Ich hatte ein Eisenschwert, Karo. Ich hätte ihn einfach wegknödeln können. Aber hast du nicht geknödelst? Du musst weiter nach oben ausbauen. Ne, da oben sind böse Weite, die mir geht. Oh! Na, komm mal mit. Zwei Kisten. Hast du wenigstens was Nützliches gefunden? Ne, ne Angel, noch ne... Ketten-Dinger, Milch. Ich ziehe die Ketten-Dinger an. Ich glaube, die anderen sind nicht schlecht ausgerüstet. Ne, der eine Typ hat seine... Hat einen Eisenhelm an und Eisenschuhe. Und sprengt sich gerade alles frei. Und der erste hat komplett... Ne, bis auf die Hose alles mindestens Kette. Was hast du gerade gemacht? Einen Trank geworfen. Aber wohin? Ich weiß auch nicht. Mode, Mode, Mode! Weiß nicht. Ah, boh! Da ist ein Eisenschwetter drin. Ja. Vielleicht ein bisschen weiter nach unten. Er ist auf der untersten Ebene. Ich will da nicht hinzunehmen. Doch, du musst ihn wegschnetzeln. Denn er hat, glaube ich, ein verzaubertes Eisenschwert. Vielleicht willst du da doch nicht hin. Doch, ich gehe jetzt hin. Vielleicht staubst du ihn gleich ab. Heilig. Oh je. Weg. Komm, komm, komm ich schon. Was? Sie haben... Sie sind alle gewenischt, glaube ich. Ich glaube... Es ist noch das Licht-Event. Guck mal. Ja, ich weiß. Ich glaube, er ist hinter dir irgendwo. Oh. Siehst du irgendwo Fackeln? Oh, da! Bist du das? Warum bringen diese Feuerkugeln denn nichts? Du musst da rechts klicken. Das ist wie Feuerzeug. Mach ich doch. Ja, dann musst du es auf den Boden setzen. Warum auf den Boden? Ja, weil es wie ein Feuerzeug ist. Das ist ja voll dämlich. So, gut. Dann... Läuft ja bei uns. Hallo. Hat dich nicht gefunden. Nee. Du hast... Oh Gott, du hast mich gar nicht gesucht. Nee, aber ich habe dich von oben gesehen. Ja, aber du hast mich nicht gesehen. Nee. Was? Klar, sonst hätte ich dich nicht gefunden. Hallo. Nee, nee, nee. Geh weg. Strecke Fels. Ja, gut. Dein Name steht KG33M. Das steht für Kartoffelgruppe. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Weiß ich ja tatsächlich nicht. Beutel und Beutel und Beutel. Los. Okay, direkt jemanden weggeknödelt. Und jetzt muss ich gucken, dass mich hier niemand wegknödelt. Und das am besten möglichst zeitnah. Weil weggeknödelt werden ist nicht so mein Ding. Oh, das ist ein Amboss. Ja, von mir auch. Ist schon ein bisschen creepy, wie dieser Amboss einfach dann hinter dir steht plötzlich, ne? So bad. Oh. Wie das Eis letztens. Das Eis. Das Eis war bestimmt lecker. Oh je, Hunger. Jetzt echt. Nee, das geht so nicht. Oh, oh Gott. Oh je, oh je, da haben wir schon statt. Oh je. Das Hunger hat mir irgendwie zu schaffen. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich hinbuddeln soll. Und ob hier jemand in meiner Nähe ist und wie überhaupt. Ich will das auf jeden Fall nicht. Oh je. Oh Gott. Ich hoffe, das springt auf genauso. Alles weg. Perfekt. Noch nicht. Ich warte mal die ganze Zeit drauf, dass mich das nicht mehr von hinten schlägt. Okay. Okay. Weiß ich nicht. Habe ich auch noch nicht rausgefunden. Okay, auf jeden Fall brauche ich jetzt das hier und das da. Und mit ein bisschen Glück kann ich jetzt das reißen lassen. Alter, ich kann diesen ganzen Kram nicht gebrauchen. Oh Gott. Freeze. Ich gebe dir gleich mal Freeze. In die Phrase. Wahrscheinlich gefolgt von einem deftigen Falltür oder sowas. Falltür wäre jetzt richtig episch. Ich könnte mal ein besseres Schwert gebrauchen. Hallo. Da war eins drin. Ich finde einfach kein besseres Schwert. Ich laufe immer noch mit meinem Holzschwert rum. Und ich weiß jetzt schon, ich weiß jetzt schon, dass mich das gleich übel ins Verhängnis bringen wird und ich mich tierisch aber aufrege, dass ich nichts besseres gekriegt habe als dieses Holzschwert. Weil wahrscheinlich gleich der Nächste auf mich zukommt mit einem Eisenschwert oder sowas. Was mich auch nervt ist, dass man hier so viel Dirt kriegt. Wie kann ich denn diesen Kopf absetzen? Achso. Du kannst den Jerky entfernen. Ja, aber ich hätte gerne den immer weg, weißt du? Den braucht doch eh kein Mensch. Ja, auch so. Du bist nicht weg. Okay, hier ist ein Amboss. Ist hier unten jemand? Ich war da unten vorhin. Zwei andere. Wie viele sind denn jetzt überhaupt noch? Ah, ich bin einer. Zwei andere noch. Das ist ja interesting. Der eine Icecatcher und der andere Klaue bei Teddy. Warum klauen die bei Teddy? Ich weiß nicht, ich finde der Kugel. Es gibt ihm einen Kick. Na, Bura. Oh, je Bura. Wahrscheinlich team die auch noch, oder? Ich guck mal. Teddy ist alleine. Ja, das sagt ja erstmal gar nicht. Er hat eine weniger gute Ausrüstung wie du. Aber bestimmt ein Eisenschwert. Und Icecatcher hat alles schon verzaubert. Was? Also sein Helm, seine Hose, seine Schuhe, sein... Sein... Was weiß ich. Seine Salmonellen. Ja, nur ein Ledershirt hat er. Also ich find hier nischt. Ich find hier kein geiles Schwert. Das gibt's doch nicht. Und ich bin schon auf dem Weg nach komplett oben irgendwie. Richtig lange Runde. Ja, dafür, dass ich jetzt gleich sterbe, ist die Runde schon wieder zu lang. Hm. Vor allen Dingen hab ich grad Herzklopfen bis sonst wohin. Aufregung. Aufregung. Alter, immer noch kein Schwert. Immer noch kein Schwert? Versteh das einfach nicht. Nee. Danke. Das denn? Da ist immer noch keins drin. Also das grenzt doch schon an... Irgendwer will mich trollen. Da ist auch keins drin. Alter. Das war keiner, das war's, ihr denkt. Ich weiß. Trotzdem, gar nicht gut. Wo ist dieser Kerl? Und Teddy. Teddy ist... Keine Ahnung, wie der ist. Und der Eisquetscher? Der Eisquetscher ist ganz unten. Jetzt ist nur die Frage, wo ist ganz unten? Ja, wo das weißt du ist. Du gehst grad auf ihn zu. Ach, Diamant-Schwert? Ach, der hat ein Dias-Schwert. Ich hab ihn. Fast so. So, weil grad Waffenaufwertung war. Das war richtig gut, William. Guck mal, da ist Kekse und Milch. Und verzauberte Sachen. Ist das der Gute gewesen? Ja, das war der Gute. Ja, hoppla. Ja, ja. Da ist noch eine Hose, eine verzauberte, aber ist nicht aus Eisen. Die wollte ich jetzt als nächstes haben. Ach so. Ne, will ich doch nicht haben, wenn der hier aus Eisen ist. Äh. Gut. Alter Schwede. Aufregung. Krasser Typ. Achtung, Achtung. Ja, ich renne! Renn! Das ist vorbei. Alter, was hat denn der hier drauf eigentlich? Power 1, Sharpness 1. Er kommt jetzt. Hinten rennt er, hinterm Enchanting Table. Welcher Enchanting Table? Wo du grad warst, bei einem riesigen Loch. Aber jetzt ist er wieder weg. Wo war der denn? Wo ist er denn hin? Wo du grad, äh, wo grad die Falle hochgegangen ist. Ah, ganz, also hinter der Wand war er. Seinen Namen gesehen. Okay. Das Spiel kann ich ausspielen. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, wahrscheinlich ist er wieder weggegangen. Ich hab wirklich nicht gesehen. Dieses Würstchen! Komm her! Putt, 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 putt. Ich glaub, da hinten ist er irgendwo. In der Richtung. Wichtigen, kein? Weinst du? Half-Life, ey, ich fass da aus. Da war ne Kiste, ich weiß nicht. Ja, ich brauch nix mehr. Du hast alles. Schnitzel. Ich will ihn nur noch füllen. Rechts, 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 rechts. Oh, da hinten ist er. Ich fass es nicht. Es ist nicht rein. Ja, ja. Ja. Guten Appetit. Ich hab ne Runde Roll-Mohlkraft gewonnen. Tsch, 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 tsch. Oh, wir sind allein hier drin. Ich, wo? Hier drin. Warum schreiben wir GG? Oh, wir waren alleine da drin? Ja. Das ist echt schade. Naja, gut. Aber ich will sagen, ich hab die Runde Roll-Mohlcraft gewonnen. Und wir sehen uns dafür beim nächsten Mal wieder. Tschüss, aber bis dann. Jetzt ist er wieder glücklich. Tschüss. 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 Tschüss.